ich würde auf jeden fall was da hin bauen damit wir die waffen reparieren können was jetzt eigentlich ausmachen kannst um neun darfst du okay ganz schnell reise machen alle ja auch weil da hat man mal ein bisschen dann da kommt alle ja das glüht schon die flamme glüht schon ich glaubt sie sitzt genau drauf an jemand irgendwas zu reparieren da muss nur eine werkbank bauen alle ja guck mal weil ich gefunden was hast du gefunden und ich habe noch ganz viele zu hause weil ich habe ganz viele sagen wir haben auch kein garn und so kann wir machen ich habe auch kein gern brauchen wir pflanzenfasern für die werden wir hier kriegen ja warte habe ich nicht was ich habe auch nichts mehr das hatte ich weggelegt rohzucker aber schon ihr könnt reparieren ist schon gebaut deswegen sage ich immer alles ein bisschen ziemlich viele pflanzenfasern wo mein ich hab auch eier benutze ich was da ist eine hütte rechts von uns also mit dem bogen kannst du es nicht ausrüsten aber weißt du halt wenn du da dran kommst wenn du eins extra hast gerne ja klar nein ich habe es zuhause gelassen alles gut oh was ist das denn für ein vogel dann gebe ich dir gleich bist du ein friedlicher vogel dann haben du papa und ich das gleiche schild das ist friedlicher vogel friedlicher vogel wie sieht es ja komplett anders aus hier ist ein haus arme vogel oh ratten ach ratten ich kann die gar nicht leid finde ich nicht gut es sind doch nur hässliche mäuse ja aber wie du schon gesagt hast hässliche mäuse hässlich ja hässliche übergroße mäuse alle hier oben sind pfeile dran für dich mhm noch ein pfeile fossilien um bitte die tür zu lassen ok holzbitter was ist denn das ist ja schon wieder so ein tiger ding oh neee ein tigerdings bumm da ist er ne da war ein elch nur ein garten oh ein garten oh ein garten paprika ja hab ich auch schon ein paar von und salbei können wir gleich zu hause selber pflanzen können wir die auch zu hause anpflanzen können wir die auch zu hause anpflanzen dann kann ich mir einen lecker tee machen ja ich auch obwohl vielleicht kommt drauf an ob wir es nicht hören was geben denn die bäume so holz würd mal sagen die geben holz ja vielleicht ist das ja special holz ne einfach nur holz wie langweilig da hab ich auch grad den bambus kannst du einsammeln den bambus kannst du einsammeln als p peace kalt noch mehr teddybären zurück zum turm noch mehr teddybären Was ist denn das da? Oiboss Oiboss ist auch Tee Ja Oob Oob kannst abbauen echt wahnsinn ja dann kriegst du fossil knochen raus und aus dem fossil knochen kann man bögen herr hier beide herstellen gehen wir gleich auch in die richtung aber erst mal den turm oder nur das von anhaltspunkt hat diesen auf keinen fall in den winter ist fast Also das ist offensichtlich kein Indigo. Ist wieder was anderes hier. Achter, ist zahlbein, okay. Boah, ist das grell hier. Hm. Wieder Rucksack voll. Oh mein Gott, man kann das damit Fußball spielen. Moment, das ist... Damit... Ronny, fang. Hier gibt es einen Speicherpunkt, glaube ich. Ah, komm her. Weiter wills nicht. Hm. Zickig. Noch eins. Das will wieder. Höhlenpassage. Da ist wieder so ein Ticker, wie ich besser fernhalten könnte. Das Beste in einem Kampf ist einfach dann stark zu sein. Das Geile ist hier, die, die Viecher, die im ersten Mal leben, die bekämpfen die Tiger hier. Und verlieren halt permanent gegen. Ah, das hier für die, für die Bäuerin. Oh, was ist denn das? Ein Garten. Garten, Gärten sind mein Spezialgebiet. Außer in echt. Dann... ...keinen grünen Darm. Was zum Lesen, Ronny? Juhu. Nein. Du hast es doch gesagt. So, die Zellen kontaminieren nicht nur. Sie absorbieren, indem sie natürliche Materie abbauen und in etwas Neues verwandeln. Schaffen sie einen Kreis auf Energie und Wachstum. Ich muss es verstehen. Ich muss mehr mit dem Jasmasporen experimentieren und genau erfahren, wie sie funktionieren. Ich würde mich am liebsten hier verschanzen und in Ruhe arbeiten, bis bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Also bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Sie kostet mich noch die letzte Energie. Die Flüssigkeit im schwarzen Kessel. Sie dreht und dreht sich. Und dreht sich. Sie löst ihn auf, zerfrisst ihn, ändert ihn. Einmal habe ich zu lange hineingestarrt. Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarrt. Gleich bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden. Oder einsam. Ikora. Tja, und damit ende ich mal die Folge mit zu sagen. Wo war das denn? Oben? Ja, woher ich gerade rumlaufe. Ich weiß ja nicht, wo du rumläufst. Alter. Ja, komme ich mir gleich angucken. Hallo und willkommen zurück. Ja, wir sind... In der... Hier, ich sag mal, sogenannten Afrika. Hier ist noch mehr... Hier ist noch mehr zum Lesen. Ich bin ein voll ausgerüsteter Barbar inzwischen. Ich habe die letzte Stufe freigeschaltet. Ich habe die letzte Stufe freigeschaltet. Ich nehme meine Hände. War das? Wir wissen... Ich wollte vielleicht auch noch mal verteilen. Was für ein Hut. Grüßtika, gebe ich dir mal. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsakkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund, im schwarzer Kessel lauernd abwarten, sich dreht. Er vernebelt mit dem Verstand, mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer. Wir sind sehr hungrig, wehählen uns, die Cora. Roni, was macht deine Waffe an Schaden? Meine Erstwaffe macht 51, meine Zweitwaffe macht 52. Komm mal zu mir. Ich habe ein Luftraum für dich. Ich will gucken, ob du bist. Dem stand ich noch neben dir. Ach so. Das warst du. Nee, das ist gezogen. Du bist voll weg. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe jetzt nicht gefunden. Ja. Ich denke, ich bin voll. Gut gedacht. So, jetzt kannst du. Ein Lufthammer. Ein Lufthammer. 55 Schaden. Nice. Ich habe den Bogen gegeben. Er hat Kraft 27, aber ich glaube, ein, zwei Sachen kannst du noch verbessern. Das haben wir 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Ich habe Leder eingesammelt. Dadurch habe ich das ausgelöst, dass wir den Gleiter bauen können. Das ist ja cool. Ich habe die Fakling-Türme dann in welche Richtung. Ah, da lang. Wir haben das Lauf. Wir haben das Lauf. Egal. Egal. Einfach mal. Du bist cool. auch melina ziehen auf genau so ist richtig jungs und mädel ja ich glaube ich glaube ich leider expeditionsprotokoll nummer eins seit sich unsere karawane aufgeteilt hat wird die verzweiflung mit jeden tag größer ich wünsche königin jasima wäre noch hier ihre anmut und schönheit wäre jetzt waldsam auf unsere seelen ich höre lasso jeden tag in seinem zelt schluchzen wir haben hinweise auf überlebenden ein refugium der flamme gesehen ein umweg von einem ganzen tag umsonst obwohl das mir erst mal immer näher kam wollten diese nahen uns nicht beitreten sollen sie doch zu ihren erbauern beten wir werden es schon sehen wie lange sie überleben wir müssen weiter leuchten stein scheint noch ewigkeiten entfernt kommandant syrius was ist das warum sind hier noch schwerter dabei hier ist irgendwie ein was da wollte ich gerade helfen das war oh level 18 ich hab das schon griffig merkelte naja das meister hat udo gewöhnt dann nur ein bisschen geholfen wir hatten da gewusstet also da werde ich dich nicht wieder raus holen alles gut das ist denn da besonderes das ist der perfilknochen aha ich bin leider schon voll und dann machst du xp mit wenn wir den aus ziemlich weit weg weiß ich nicht oh nö das geht schnell ich kann man wir stehen ja hier und warten aber wieso bist du da weil ich zu dumm war und nicht gesehen habe dass ich jetzt sterbe oh da blö ganz böses Biaspa in dem Turm drin oder wo bist du gestorben ich sehe sie ja die leiche liegt aber genau am rand ist kein problem du haben die ja dahin gelegt soll man erstmal zurückgehen und hier schlafen ja da kann man schlafen ja da kann man schlafen ja da kann man schlafen hier meinst du in der shop schlafen ne ah hier oben da waren ja betten hier oben ok Bett schlaf bei der leiche hier Ah benutze ich hallo da ist mein bett oh dann muss ich mir Leuchten ganz schlafen kann man sich reinlegen ja kannst hier reinlegen vor Level 1 36 48 Für jemand zu mir, komm ich hab ja auch ein Lagerfeuer, d.h. wir haben auch Wärme und können auch nicht. Ne, ich liege schön auf der Leiche. Alea? Kannst du zu mir schlafen? Komm nicht. Ich hab ein Feuer. Komm nicht. Ist schon wieder Tag, Leute. Ja, egal. Bist du ausgerudeliert? Ja. Ja. Ich will das jetzt wieder mitnehmen. Geht zwar nicht, aber ist egal. Ich will Lagerfeuer. Lagerfeuer mit mir. Na, egal. Wo bist du denn? Ja. Guto, Elina ist nicht da. Ich bin noch da. Achso, du bist da. Alea ist nicht da. Ja, Alea ist nicht da. Ich hab kurz was getrunken. Gute. 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 Zwei Tiger. Ui, Problem. Ah, es kommt doch. Ah, ich hab das. Die Mietze Katze muss jetzt zähmen und dann macht sie die Gegner platt. Das ist die Zähne. Zähmen. Den Kämpfstab für... Mietze Katze. Oh, Mietze Katze! Oh, das ging schnell. Die Mietze Katzen sind aber sehr gefährlich. Kämpft hier noch einer? Ah ja. Hier ist noch eine Mietze Katze. Katzi! Gartes Fleisch. Nein, da, oder? Ja, rein da. Ich kann ja erstmal so den kleinen Turm an der Seite und dann den großen machen. Ja, genau. Nein, da, oder? Dein Sohn hat er, Julian, hat er wieder richtig Spaß, oder? Oh, hier ist nix drin. Ja, ist sowieso nie in den kleinen Turmen. Okay. Aber bei den anderen, die wir reingegangen sind, auch nicht gewesen. Oh, ja, meine Lieblingspeile. Liebe diese Turm. Ja, ich auch. Weiß nicht warum. Ich will in Taiwan abholen. Ja, ich kann dir das mal weiterleiten. Danke. name da kong .